Ich bin hier heute noch. Ich habe mich gefühlt hier zu der D-Penalty, das ist in der Sterne. Noch heute neue Tage. Aber ich bin sehr vorbereitet. Ich schau mal, wie es ist. Ich schau mal, wie es ist. Mami, das ist gut? Ja. Hallo. Hallo. Wie ist Mami? Papi. Und wie ist es heute? Was denkst du? Ja? Ich sage gut, heute ist viel besser. Danke. Aber Sie müssen es sonst anrufen. Ohne Anrufe. Wichtige Sachen auch. Wenn ich weiter gehe, morgen sind alle eingeladen. Ich grille morgen bei Hornbach in Duisburg. Hornbach in Duisburg. Wenn du in Google keine Ahnung wo ist. Aber morgen grillen wir 60 kg argentinisches Fleisch für euch. Kostenlos. Nur zu Party machen. Was passiert? Das ist mein Mann. Heute machst du es nicht so spannend, bitte. Meine Sicherheit, Mann. Du hast gesagt, wir haben ein Problem. Mit diesem Mann werden wir kämpfen. Okay? Nur gut. Ich bin gut. Da ist ja doch mal jemand. Ein bisschen ruhig. Kommt das Tier. Was für eine Nummer hast du denn heute? Hä? Welche Nummer? Heute bin ich Nummer 7. So bitte, wir müssen rufen Nummer 7. Warten und die Polen sind auf. Und dann immer rufen. Ohne Ende. Ohne Ende. Und morgen sind alle eingeladen zum Fleisch essen. Oder nächsten Samstag irgendwo. Weiß ich nicht. Ich muss gucken. Fleisch für alles. Habe ich. 60 kg Fleisch. Morgen zufrieden. So. Heute rufen. Morgen Fleisch. Ja. Mit gehen. In. Ich brauche. In. Un. Ja. Und Tybin. Ja. Ja. Zarkal. Und Tybin. Und wählen! Und drum! Sag mal, was sind wir heute? Weil auch wenn wir tanzen, gut, das kann passieren, da war ich mir nicht so sicher. Niemals! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.